und damit haben sie liebe leute willkommen jetzt wieder zurück zu der spartier die sie universe online immer auch schon wieder 16 stream immer noch mit lieber kassem und das habe ich vergessen hier lieber kassem genau so dass immer 28 geworden ja und müssen hoch auf 30 mit der nachmals zweimal blinken für zweimal gold ja alle weiteren runs habe jeweils nur eine goldstrophe weil ja nach die verschiedenen mentoren da noch details von drei von sechs sind wir ja momentan noch aber ja mal schauen ja wir warten wir da hinkriegen ja ja willkommen blablabla so ja dann müssen wir da hinten hängen wir gleich dahin ist ja oder müsste die letzte mission hier sein wenn diese universe online details sind automatisch 30 müsste zumindest und ja na schauen wir mal wie wo was soll sich noch nicht ob da heute zugelang wieder wartungsarbeiten sind werden natürlich dann blöd aber immer dann jetzt sehen wir dann wieder die ausschaut ja zwar immer dann da sind ja und ob meldungen rein ploppen vom server mit von wegen neustart ja da der tag skylar na alles fresh ja ja mal gucken ja wie lange das hier bei mir aber überhaupt ist hier so gut läuft noch weil wieder voll gepumpt mit tabletten mal wieder mal wieder mal entzündung über sei ja aber schauen wir mal wozu höhle sollen das bitte sein und zapft es alter ja neuen einschaltungszeichen einschaltungszeichen gibt es zufällig jemanden der auch gerade nfs spielt spielt und mir kurz bei ein paar online er in den helfen kann brauche auch nicht mehr viele einschaltungszeichen einschaltungszeichen online errennen ja das wird auch mal dafür na ja und geht er spielt es momentan der thomas der thomas spiel des allen jugend na der spiel des momentan nicht vor speed heat und ich glaube die trophies da auch noch nicht ja und bei dir skill ist ja klar na du wieder grinden wieder na wird dieser klar Ja, da. So. Ah. Oh. Geht zur Seite nicht nur noch in den. Ähm. Müsste er das Wort. Aber ich kann mal kurz nachgucken. Aber ich glaube ja. Oh, selber selber auch krank. Ähm. Normalerweise ist der Arbeiten, ja. Der zockt ja meistens so ab halb vier, vier oder sowas wieder. Normalerweise. Äh. Ne, online ist er nicht. Online ist er nicht. Ah, hier. Lara. Ne. Ansonsten spielt es aber gerade auch keiner. Cut-Racers. Ne. Hm. Ja, wo die ist wahrscheinlich auch ein Titel früh, sag ich mal, für sowas. Weil die meisten Leute bei mir kommen ja auch immer abends. Na. Los Cola. Ne, ne. 15.30. 15.30. Ja, jetzt mal die Arbeitszeiten, ne. Büroarbeitszeiten. Na. 3.30 Uhr war ein bisschen krass. Äh. Hä? Äh. Ich fürchte, dass Brainiacs Einfluss dieser Ebene beeinflusst wird. Ich kann physisch nicht eintreten. Aber ich werde dich in meiner Astrale vorbegleiten und dir Ratschläge geben, soweit ich kann. Och. Äh. 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 Ja, Moin, Stefan! Na? Leidens geht noch, dass ja alles wird? Ja, Moin, Stefan! Okay, bei mir pumpt das Überpuffen ganz gut rein, was ich ja nebenbei noch reinschmeiß. Was auch nicht schlecht ist, ist Angozin. Das läuft zwar in Richtung Homöopathie raus, aber das Zeug ist auch nicht schlecht. Dass ich jetzt überhaupt mal sage, dass Homöopathie hilft. Hm, ja. Ja. So. Ach da. Ja. Hier, oder? Ja. Wohl, ja. Letzter Wächter des Zwischenreichs. Ja. Ja. Ja, das ist immer super, oder? Wenn man dann pennt und, ah, hier klatscht, dass ihr da aufwacht. Na? Ja. 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 Du musst einen lernten Angirma ausharten. Ja. Die Position hat immer alle auf die Nivember zurück Lösungen eingeführt. guten abend ja genau naja bei mir geht es noch noch bei war ja gerade eben aus aber so ungefähr eine halbe stunde nachschauen gerne wieder zu schwitzen und schließt alle türen zu den magischen reichen unsere größte hoffnung ist die oblivion war da sie außerhalb der normalen so ja da sind sie nur zehn haben wir wieder nachztermin weil die haben ja noch mal blut abgenommen wie sie wir auch hier entzündungswerte genau da bin ich schon also diesmal wieder rauskommt ruhig war irgendwann muss ja mal nicht gut herausfinden ja wenn sie mir schon hier bei die man nicht rausnehmen wollen nervt ah ja so war es doch noch nicht die letzte mission schauen wir dann ja dr feld weise Ich werde dich zum Portal führen. Nee. Also, äh. Ich rufe dann am gleichen Tag, spätestens am nächsten Tag, ne? Habe ich einen Termin. Na, beim Termin an sich selber warte ich vielleicht so, ja, zehn Minuten vor der Stunde vielleicht. Ja, bei mir ja ständig, weil mir sagen ja, die Ärzte ist ja vorhanden, ähm. Schon eh und eh hatte ich ja das, dass ich ja extrem große Manteln habe, im Gegensatz zu Standard, ne? Meine sind ja zweieinhalbfach größer wie normal, ne? Und deswegen auch anfälliger. Aber trotzdem, ja, ne? Äh. Machen tun sie trotzdem nichts. Weil es ja nicht ganz ungefährlich ist, mittlerweile. Ausgerechnet ich immer im Alter. Und so, sie mal in meinem Antelentzündung ist immer das Schlimmste. Alle weiteren Male gehen. Vielleicht wahrscheinlich auch deswegen, weil du es schon kennst. Nähähähähähäh. Oder so, bei mir ist es einfach schön Routine, einiger Gefühl schon. Der Scheiß hier. Halt's mir den Weg mit hier. Sonst lohnt sich das nicht. Öh? Okay, da wird viel was aus, ja. So. Keine Ahnung, ob ich das jetzt hier wirklich noch machen muss. Aber jetzt auch mal, schein tut's nicht. Okay. Hmm. Vielen Dank. Oh! Okay, wow, krass. Ne. Ich würde auch später dann umlande, wo ich ja in ein, zwei Wochen, also in zwei Wochen endgültig hinziehe. Ähm. Wurde auch nicht so sein. Ne, der Minas war das ja vielleicht, wenn's blöd läuft. Halbe Stunde. Also, wenn's blöd läuft. Ach, komm mal gleich mit hier. So. Ja, ist natürlich Spezialist, ne, wenn der jetzt was sicher zu nehmen, äh, pfff. Ein Ohrarzt oder sowas geht, so war das ja auch ein Minimum halbe Stunde. Große Hera. Was ist das? Der Schattenhüter vom Reich selbst erschaffen als Antwort auf Brainiacs Eindring. Aber Brainiac hat die Kontrolle übernommen. Dann bleibt uns keine Wahl. Wir müssen unsere Meinungsverschiedenheiten beiseite lassen und diesen Vorstoß aufhalten. Für die gute Sache. Ja. Ah. Oh, jeder. Siehst du die xp zahlen hochfliegen Das ist ja wieder was für skiller Rein ohne ende Okay Ja 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 Busch Sprich mit Silcio und Wonder Woman. Soll ich das nicht. war ja klar, dass sie dann hier im Moment nicht angreift. Das ist auch die, die dann als echte Schurkinn und Mentorin nehmen werde. Weil da die letzte Heilerin. Ah ne, das ist die richtige. Ah ja. Doch nicht. Ach die war das. Ah, jetzt war ich wieder zu schwitzen. Super. Läuft. Und auch bei der zweite Teil. Und nun Teil einer Armee, in der jeder danach strebt, Tyrannei zu beenden und dieser Welt Freiheit und Frieden zu bringen. Ich bin geehrt, neben ihnen zu kämpfen und sie Freunde nennen zu dürfen. Krieg bringt unsere besten, die schlimmsten Seiten zutage. Auf unseren Sieg. Und Wahrheit und Freiheit für alle. Naja. Da hab ich schon gute Basekiller. Das geht schon. Nehähähähähähähähähähäh. Wieder Bullshit hier. Äh. Gott. Na dann. So. Halle der Gerechtigkeit. Okay. Okay. Na dann. Tja. Na komm. Wo ist doch los? Ah. Husch. Batman. Du hast wieder und wieder deinen Mut und deine Fähigkeiten im Kampf bewiesen. Und in dich wären die magischen reiche Brainyaks Gnade ausgeliefert. Und ich wäre dein Sklaven. Du bist wahrlich kriegerisch. Und ich kann mit Stolz sagen, dass ich mit dir befreundet bin. Willkommen in der Justice League. Aha. Du bist ein vollwertiges Mitglied der Justice League. Bling. Kriege der Wahrheit. So. Und Bling. Luftige Eskapaden. Läuft. So. Das war es mit der Leberkasse. Na. Die ist durch. Über 30 Hammer. Das heißt, wir gehen jetzt hier raus. Und machen eine neue Schale. Nicht überhaupt Platz. Dein. Charakterwechsel. Jupp. Ja. Danke. Danke. So. Aber jetzt gibt es nur noch jeweils eine Trophy. Die wir holen müssen. Einmal noch für Circe. Dann Lex Luthor und Superman. So. Die drei wollen noch. Glaube ich. Mal was ich jetzt nachgucken hier. Ja. Jetzt wieder weile. Ne. Stimmt das? 70%. Ja. Jetzt fehlt noch. Genau. Superman. Circe und Lex Luthor. Na. Die drei fehlen noch. Dann alles Platin. Äh. So. Charakterstellen. Fangen wir auch so mit dem an. Ja. Kennen wir schon. Bla bla. Ich kann nur hoffen. Inspiriert von. Was sehen wir denn diesmal? Ja. So. Genau. Wir sehen uns. Schurke passt schon mal. Ursprung. So. Da war ich hier. Genau. Circe. Genau. Wieder. Kraft. Äh. Gut. Das ist jetzt mittlerweile Wurst. Aber ich glaube da bleibe ich bei Feuer. Wie Feuer das ja mit Abstand am besten war. Ja. Das war Feuer. Waffe. Immer wieder beidhändig. Und hier nehmen wir wieder fliegend. So. Genau. Ja. Ja. Passt. Jo. Weiter. So. Moin Marco. Ja komm jetzt machen wir es einfach. Na. Probieren wir es mal. Kärnten. Äh. Wow. So. Käse. Den anderen Namen kann ich ja beim nächsten Mal nehmen. Muss ja noch drei Ups. Dreh mal durch. Käse Auflauf. Geht sogar. So. Hier machen wir wieder das gleiche. Zu Level 25 springen. Geldmittel hinzufügen. Kennt ihr ja auch schon. Dann mache ich kurz mal wieder. Da. Na. Na. Da würde ich ja nicht wundern. Geht seit Lara. So. Na. Ich bin aber noch da. Ich muss ja nur wieder meine Kreditkarteninfos eintippen. Irgendwas auch immer. Obwohl Geld drauf ist. Ja. Aber. Na ja wieder. Ah. Das ist so dumm. Hast schon hier über 60 Euro auf Account drauf. Na. Und na. Trotzdem musst du dir doch die Scheiße hier eingeben. So. Bestätigen. Na komm. Tu es. Zurück zur Anwendung. Ja. Passt. Also. Das Lädter ja wieder ewig. Achso. Ähm. Der Sprung auf Level 25 kostet. Ähm. Na. Siebes ja ja. Ähm. Preis ist 1000. Und 1000 sind 10 Euro. Also. 1 zu 1. 100. Diese Cash. Äh. Marketplace. Cash. Bla bla bla. Ist 1 Euro. Also. 1000. 10 Euro. Na. Und da kostet ja hier der Spanier da. Weil ich ja hier mein Abonnement hab. Abzüglich 100. Na. In dem Fall kostet noch 900. Also 9 Euro. In dem Fall. Ja. Du kannst natürlich alternativ. Naja. So. Kannst du auch gleich hier da auf Schuhe 30 springen. Da kriegst du nicht instant die Trophy. Kostet aber. Man sieht es gleich hier. Warte. So. Das kostet hier äh 49.000. Na. 4999. Also wenn du es ausrechnen willst. Na. 50 Euro. Hm. Äh. Kannst du auch 50 Euro zahlen. Na. Da kommst du gleich instant die Trophy. Wenn du 50 Euro mal 6 zahlen willst. Weil du brauchst du 6 Charaktere. Na. Hehehe. Oder halt. Nur auf 25 Schuhe. Dann zahlst du halt 9 Euro. Und musst halt die letzten. Äh. Die letzten 5 Level. Musst du halt selber spielen. Na. Ah. Hopp. So. Können wir auch schon. So. Dann fängt nur noch Superman und Lex Luthor. Dann wäre das hier auch durch. Aber jetzt gucke ich gleich mal. Ob ich die äh. Level 9er. Haupt Story auch triggern könnte. Ja. Naja. Gut. Du kannst so ein Starterpaket holen. Wo du dann ja 8 Euro dafür zahlst. Wo du dann grundsätzlich immer 25% mehr XP hast. Für einen Charakter. Na. So. Alles klar. Lass mal hier gucken. Musst du mal hier das Zeug da einpacken. Dass ich meine Ausrüstung hab. Na. Ja. So. Dann haben wir hier noch die da. Dominieren machen wir auf jeden Fall rein. Achso. Ich hab keine Reagenzstoffe. Warum nicht? Warum nicht? Ja. Das hier ist der XP Boost. Ist aber nur 25% innerhalb von einer Stunde. Wieso hab ich jetzt mit dem keine. Geile Dinge zum aufbessern. Hm. Na ja. Na ja. Die nochmal so rein. Die auch. Wieder herstellen. Und noch einmal dominierend. So. Hören wir das zumindest so. Dann. Hör ich hier noch. Skill Points. Aus mir hier auf Feuer. Hier passt. Ja. Das passt auch. Weiter nicht. Das skillen wir mal. noch gleich das hier nochmal mit. Das auch. Und das. So. Fliegen. Nimm auf jeden Fall den Boost hier nochmal mit. War das jetzt hier. Ah. Der Rest ist Wurst. Nehmen wir hier nur 10. Hier nehmen wir 5. Und hier auch. So. Genau. Haben wir dir das mal ausgegeben. Was haben wir denn jetzt hier? Tagebuch. Tagebuch. Danke. Ja ja. Ach. Das ist nur das. Ah. Okay. Hauptvision gibt es tatsächlich nur 25. Da gibt es tatsächlich nur das. Okay. Na schade. Aber jetzt haben wir Exo Bytes. Ja. Sehr schön. Urkunde verwenden wir das auch noch fix. Ja. Jetzt aber es nehmen wir jetzt einfach die Bude hier. So. Genau. Das passt. Dann müssen wir jetzt nur noch gerade mal hier das eine Ding noch aufleveln. Nehmen wir die. Erhöhlen bitte. Ah. Schade. Gut. Ja. Fertig. Jetzt geht es los. Ja. Ja. Können wir schon. Na dann. Der berühmte Käse auf Lauf. Na. Da ist ja die Circe. Okay. Ja. Ja. Drei Runs jetzt noch. Eine Trophy. Dann ist Platin. Mal gucken, ob wir es jetzt auch noch gleich fertig kriegen. Wir werden natürlich gleich auch noch den XP Boost aktivieren. Für eine Stunde lang. Äh. So. 2x und dat ja ich habe nicht mit all diesen zombies so xp boost läuft ja guck mal mit hier so ja ja aber es ist ja entspannte platina das ist ja nicht wirklich schwierig nur platin war hier die die ja sie sind schweineteuer gibt ja mittlerweile jede menge gute defa hätte 100 prozent nur 0,03 aller spieler 0,3 0,3 prozent alles wird zu teuer da kostet jetzt ja die dlc packages sind ja vier stück die ersten kosten nur also episode 1 bis 5 einmal kosten ja nur in der führungszeichen 15 euro aber die neue ist denn kosten alle 30 euro naja das ist der das wird zu teuer da kommt der schwabe durch aber ja noch platin gleich habe ich dann star trek online wäre das nächste mmo was ich spielen werde da gehe ich auch nur auf platin ne platin ich habe mittlerweile so ein paar dlc ich sage mal freischaltungen gekauft die zum beispiel jetzt hier von witcher zum beispiel also witcher 3 weil deswegen muss ja so rast hast meine spiele noch durch dass ich die vor ps 5 weitestgehend alle games durch hätte bevor die rauskommt die ps4 games genau dass ich dann künftig dann auch mit der sie spiel nach weitestgehend auch nicht bei jedem spiel aber die spiele die ich geil finde werde ich damit die sie machen So ist zumindest der plan Aber generell habe ich vorher nur latin erreicht die er sie frist viel zu viel zeit für das habe ich noch viel zu viele spiele Da habe ich die zeit nicht dafür Oh ne das ist mir in ruhe Oh und ist auch so ja genau das wort ja das glaube ich sofort logisch das ist so also logisch ja ich habe noch über über 60 games auf harddisk 26 genau und davon abgesehen hier noch 30 gar nicht klar vor sie spiele auf auf die sie also zum unterladen digital naja das ist die musik durchkriegen ja gab es geht ja die jenig schaffen bis ps5 wahrscheinlich aber halt einige schon davon ja das ist sonst hier blöd und mir gefällt halt ihr das dass ich hier die platin freie scheint 100 prozent gibt ja so an sich gefühlt nichts die platin finde ich geiler ja das kann man ja auch schon bla 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 ist ja da ist es blöd dass es hier weitest geht bis auf vorher das war ja nagelneu kann ich als oxy gar nicht aber halt dass sich weitestgehend alles wiederholt oh my na Ah. Ja, es ist eh wieder das Jokers Geschenk gesichern anstatt zerstören. Es sieht aus wie das Schurke hier, ganz böse. Küste. Ach komm, verbrenn. So. Ah. Na schön, zeig mir den Abendessen. So. So. Booms. So. 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 Da kam ich her. Ja, das glaube ich auch. Stefan, du hast ja eh schon wieder gesaved. Wieder nochmal für PS4, ne? Mit hier Slipper. Ja. Nur mit der gecrackten PS4 geht auf PS4 G-Dengine. Das geht aus, aber halt scheißgefährlich, logischerweise, ne? Weil auf Dauer fällt das auf. Und dann ist da ein Account für den Arsch. Weil Lost und so, ne? Aber klar, G-Dengine geht. BPC ohne Probleme. Na. Nichts. Ah. So, hier haben wir zumindest schon mal 4 von 5. Hier haben wir jetzt 1 von 5. Ähm. Oh, wir brennen. Oh, wir brennen. So. So. Äh. Wow. Voll. Für... Äh... Hm. Nichts. Ich brauch noch mehr Relikte. Und nicht den Scheiß. Hm. Unglaublich. Äh... Oh. Äh, noch zwei. So. Hm, hm, hm. Na. Hier haben wir wieder eins. So, bitte lass das jetzt das rein. Nää... Will ich nicht. Ah, also. Gott. Also können die unsterblichen Obelisken, denen Paus sein Portal schützt, nur von seinen Seelenlosen vernichtet werden. Bist du bereit, deine Seele zu verhökern? Wenigstens vorübergehend? Klar. Easy. So, jetzt kommt das mit dem, der Zombie da wieder... Äh... Naja. Der Dämon Etrigan wartet, in der Nähe von Fausts unsterblichen Obelisken auf dich. Er wird deine Seele in Sicherheit wahren, sodass du den Obelisken zerstören und den Zauber am Portal durchbrechen kannst. Oh, nochmal irgendwas Tolles Neues. Nää... Das hier... Na. Gut. Oh, ein Abflug. Ja, kurz vor 27. Läuft, ne? Ja... So. Ja, die nehmen wir auch nochmal fix eine hier. Ja... Also... Menschen esse ich auf keinen Fall. Die machen viel zu dick. Und hier typische MMO, man liest ja gerade links da im Chat, ne? Gibt's ja auch wieder diese... Verkauf. Ja... Marketplace Cash günstiger, Leute. Geht's halt, Laura. gibt er doch noch der soll ja kommen anscheinend haben wir irgendwann mal gelesen da ist da ist xbox besser was das betrifft das wäre ich ganz nice ja wobei die werte über xbox auch nicht unbedingt stimmen aber weitestgehend passt es schon ja ich hasse diese stelle hier so ruhe ist doch so Ah, mein Rosa. Da werde ich sterben. Wobei. Uuuuh. Weiter, Vater. Oh, nein. Ah, gut. Respawn. Das war jetzt. Ja. Scheiße, ja. Na ja. Die Stelle ist auch richtig scheiße. So, jetzt wollen wir noch die Verkleidung holen. Äh. Hä? Ah, ja. Da holst du dieses komische Rondell da jetzt, oder? Danke. Okay. So, hier kommt Seaside Cresswader. Oder nicht? So. Da kann man 5, okay. Ja. 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 So, bei fix time ist ein auto respawner normalerweise. oder nicht das recht ist immer mit respawner kommt keiner typisch gut ja komm äh wir haben jetzt neun ok das wollte ich ein gebuch bitte ich wollte nur sagen dass du abstoßend aussiehst passen oh ne ah hör auf so brauchen wir das auch noch fix ja nö die machen wir wieder nicht dauert zu lange so einmal wieder zur Faust da und jetzt zur suche nach Faust er wird sich in Zukunft zweimal überlegen ob er meine Pläne durchkreuzt und jetzt die dann nein kommt das auch mal her kommt das in der fern das nicht dass Quats nicht nicht sonst die sehr auch die Tschüss! Wartigkeitspunkt? Ja, wegen mir. So. Warst du weiter im Text. Oh oh. Nein! So war viele. Ich glaube, da bin ich beim letzten Mal mit Feuer gestorben. Äh. 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 Das Gute ist der Sparte Fortschritt. So gesehen. Wuuu. Ah ja, stimmt. Genau so wort. Ja. Deswegen auch. Richtig. All direkt zu Release oder so. Wenn noch keine Guides oder was Ähnliches da sind. Das ist echt schwierig stellenweise. Aber. Man muss auch schon sagen. Die meisten Games. Heutzutage werden eindeutig einfacher. Also die gehen eher alle Richtung Casual. Merkste. Auch die sogenannten Souls-like Games. Na. Die sind ja mittlerweile auch. Nicht mehr jetzt so krass. Weil Remnant heißt ja auch mal. Das ist Souls-like. Aber hm. Also ich finde Remnant eigentlich relativ simpel. Ja komm. Ah. Die scheiß Graben. Die lassen wir jetzt alle weg. Kriegt eh nichts. Außer minimal EP. Außerdem spawnen die die ganze Zeit. Bis dahin. Ich haltebl탭 valzul… … … … … Das war's. 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 Das kommt demnächst, by the way, als Remake. Äh. Äh, Wankish. Was ist das? Mein Bayonetta und Wankish kommen dabei als Remake. Na, remastered wie auch immer. Ähm. Was? Danke, Marco. Siehst, ich komm zu nix. Ja, Wankish war das. Weil diese scheiß Arena, das ist brutal. Verklickst du dich da mal nur eine Millisekunde, rutscht zu spät, eine Sekunde lang oder so auf den Boden oder zu kurz auf den Boden und sagt, bist du down, gescheitert. Das war's. Das war's. Das war's. Ja genau. Jetzt habe ich sie ja gesehen im PS-Tor hier für 40. Die Claudie-Cart-Raisers. ja gerade weg ist kommen nämlich das remastert bayonetta ja auch sie beide nicht einfach bei der tor aber die noch möglich ermöglicht wenkisch ist brutal ja deshalb wie halo nur gewalt im schneller da ist hegel und mit gegen geschwindigkeit her gar nichts geht nicht gibt es keine das einzige was da gibt ist hier die hause in quest die ganz wiederholen aber die low level geht nicht ganz auswählen da hatte ich mich wohl verguckt oder so es war nur die hause in west die schufe 9 ist ehrlich gesagt auch gewundert weil die main quest schufe 5 dann eigentlich und nicht 9 die hey Sie sind die Aufmerksamkeit. Wer hat ein Kleid um mir geholt? Haha, nein. Oh ja, mein. Okay. Du hast Glück, dass ich dich nicht hier und jetzt umbringe. Du und Faust werden für das, was ihr getan habt, müssen. Ja, können wir schon. Also. Ja, geht noch nicht. Mach mal her. Synchronisiert mit Server. Jetzt habe ich diesen Lootback hier bei der Quest hier. Ja. Ja. Es ist zu schade, dass er so an ISIS hält. Wir müssen uns überlegen, was wir dagegen tun. Ja gut. Opfer muss man immer bringen. Nein, in dem Fall halt er. Hahaha. Ja. 590. Muss ich gleich mal gucken, ja. Ja. Ja, Makler. Brauchen wir nicht. Nicht, dass ich gleich wieder X drücke und mich wieder dahin porte. Soll gar keine Überleben mehr. Ist auch nicht schlecht. So. Ah, jetzt wird sie wieder gehen. Ja. Nehmen wir das. Äh. Äh. Noch nicht gesammelt. Okay, wow. Äh. Äh, das ist Halle des Schreckens. Okay. Ich werde Lex Lufo verständlich. Wenn ein Gotham das geschieht, woran ich denke, dann wird er dabei sein wollen. So. Einmal fix der Heiner. Dann komme ich gleich wieder mit Killer Frost. Nää. Nicht schon der Resi. Nää. Näh, näh, näh. Weil irgendwann, sag ich mal. Also irgendwann ist es gut mit den ganzen Remakes und keine Ahnung wie was. Also das muss ja jetzt auch nicht sein. Naja. Naja. Vor allen Dingen, wenn sie es gleich machen wie ja der, der, das andere Remake ja. Also Resi 2 genauso. Dann hat's eigentlich nichts mit dem Original mehr zu tun, weil es zu sehr casual ist. Na, das ist, äh, ja. Das Original war besser. Fertig. Welche hier als euer Bayonetta Remastered oder gerade Vanquish? Ja, äh, ne. Muss auch nicht sein. Bayonetta war zwar geil, aber, ja, reicht auch einmal, ja, Platin. Oh, nee. Öh, da. Tü, 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 tü. Oh, da ist er. Riecht dir ein kalter Schauer über den Rücken? Immer schon. Ausnahmsweise für mich nicht der Uhr. Wir haben größere Probleme. Jemand oder etwas hat das OMEC-Virus reaktiviert. Es verwandelt gewöhnliche Menschen in Killer-Cyborgs, die ihn mit besonderen Fähigkeiten oder Kräften angreifen. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie uns aufhalten. Hey, was denn? Hey, was denn? Bibliotida ist geil. Alter, Abi, das zerfickt die Steuerung, ey. Oh. Das Spiel ist auch ab Null, ne? Da kriegst du da. Ne, weiß ich auch nicht. Nein, nein. Batman. Außer war das günstigem Angebot. Siehste mal. Ja, Marco, ne? Hier spricht Lex Luthor. Der OMEC-Virus ist eine tödliche Bedrohung, der mit gleicher Kraft begegnet werden muss. Der Kopf, der die OMECs versorgt, ist eine wertvolle Quelle. Sie nennt sich Brother Eye. Ein inaktiver Satellit. Gut. So. Bevor wir das jetzt aber machen, machen wir ein ganz kleines Boxchen rein und dann ziehen wir voll weiter durch. Vielleicht schaffen wir den OMEC-Virus. 30 gucken wir mal. Und ja, gleich wieder da. Und ja, gleich wieder da. Was ist die Haubeinung? 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 Aber irgendwie... Was ist die Haubeinung? 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 Bis später... Bis später... Was ist die Haubeinung? 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 Okay, dann noch mal. Einen noch. Was sagen, hä? Hä, das ist mir Latte. Oh, guter nicht. Euer Auf. So. So, jetzt noch zwei davon, haben wir da auch alle. So. Gut. Helden und Schurken arbeiten zusammen. Das genügt, um einem Hoffnung für die Menschheit zu geben. Als ob das von Dauer wäre. Offensichtlich haben Superman und die Justice League beim Ausschalten von Brother Eye Miserable versagt, als er zum letzten Mal trotzig war. Da ein EMP-Schlag die OMAX unterbrechen würde, habe ich die Einheiten kopiert, die Batman das erste Mal benutzt hat, und habe Lex Corp sie abwerfen lassen. Verwende sie, um die OMAX auszuschalten, und sieh nach, ob irgendwelche Daten in den zurückgelassenen Menschen übrig bleiben. Verwende sie, um bin der Eins, da kommen. Masli, da kommen diechemical совершенно f EB-5 zu bür folk sich bald wieder an der Esoni, doch blü† Man ist ja Zug in Flie but biết nur bei der Lage und geschlossen Aber dann werde ich den glü — Aber dann sogar bei Du Protect Oh, Alter, aber so montrat Naja, 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 aber ich denke mal, den werden wir da noch durchkriegen hier. Dann werden wir also noch zwei Runs. So, noch fünf. Naja, naja, oh, the last one. Ja, Brother Eye, das war Lock 28 wieder, danach kommt ja eh schon die letzte Mission eigentlich. Finde ich spontan gut. Ja, naja, so, einmal Killer Frost wieder mal. So, bzzzt. Bzzzt. Ah, nice. Dann geht's jetzt fort, na. Sehr nice. Und da war auch Zeit. So, dann können Sie sagen, dass Sie wieder mal hier. Alligator. Tua. So. Naja. Brother Eye's Abschirmung unterbricht die Kommunikation. Also werde ich dich nicht durchleiten können. Halte Ausschau nach Brother Eye's Drohnen. Und versuche, wenn du kannst, an ihnen vorbeizugelangen, ohne sie zu aktivieren. Die Daten... Wumms, Wumms. So, noch einer? Ne. Gut. Sieh mir ins Auge. Hm. Na, komm mal jetzt. Ach ja. Hey, Jan 20 läuft. Du hast zwei Level to go. Dann machst du dir leider nur noch einmal blicken. Pro Durchgang. Aber geil. Na, mach das kurz hier. So. Na, mach das. Servus. Brother Eye. Oh Mensch. Kiste. So. Jo, Teil 1. So. Hm. 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 Alek, hier ohne! Ja, aber ja, klar. So. Gut. 2 So Schweinerei Nein. Nein. Das wollte ich. Ja, er kommt. So, geht doch. So. I for a ride. So. 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 tschüss so das war der ich habe schon zweimal das gleiche weil die aussah wieder nicht schwer ja so naja naja ich bin mir sicher dass sie dir für deine bemühungen wärmstens nur vor ende so abend mal dahin dann musst du wahrscheinlich noch mal zurückhalten die Hauptassistikspumpster und dann durfte ein jahr schon kommt das schon die letzte mission weiß ich gar nicht mehr ist es nicht so dass ich auch viermal durch bin aber dreimal durch bin ja dreimal durch bin naja sinestro ach ja das was wir noch ach ja sinestro zeugs da äh statt mit den nachklub okay so gzlara hehehe meister der maschinen als das game ja okay wenn du einen haufe kohle investieren könntest ja oder willst dann ist das ding hier ratzfatz durch wer insta platin kostet nur 300 euro dann aber hehehe dann wäre das ding instant platin hehehe hehehe oh meine so und selbst die betone die ich als macht zeigst genauso viel wie für den vollpreis titel mei inklusive das abonnement genau geht auch hier ist lex luther du baust dir verbindungen zum sinestro chor auf wie ich sehe angst kann sehr nützlich sein besonders wenn sie die bemühungen der sogenannten helden hier in meiner stadt untergräbt zu diesem zweck habe ich eine kleine straßensperre für die star labs transporter organisiert ach genau das über sprengstoff genau wenn du ihn auf autos stände und andere objekte anwendest sollte das ausreichend angst verbreiten ja genau habe ich jetzt scheiße jahr auf die nebenmissionen weil das so die hauptmissionen durchgetriggert weil das reicht weil das reicht so 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 Woosh! So, einmal eine Runde terrorisieren hier. Bomben! Hä? So... Öff... Na, ja, ja, ja. So... 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 So 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 Hmm, wo sind sie denn jetzt alle hier? Oh nein! Ah, ich sie weg. Nein, 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 nein. Was steht hier das Power Girl rum? Was soll denn das? Nein, 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 nein. Das lass doch mal schön bleiben hier. Äh. Hä? Hä? Es gibt keinen Grund zur Panik. Nein, sie sind überall auf mir. Aufhören! So. Einmal noch drei. Okay. So. So. Passt. So. 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 Was machst du da? Bitte tu mir nichts. Ich bin gerade mit dem Jura-Studium heruntergebrochen. Und ich möchte nur, dass es aufhört. So. Da waren mal zwei, drei. Ach. So. 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 Ja, ja. So. Den Spann da auch noch kurz hier. Ich hab den Mistkerl. Kein Problem. So. Wenn das nicht Sinestros F ist, lass uns sehen, ob du einen ehrlichen Kampf geliehen kannst. Außer natürlich, du hast Angst. Jetzt, wenn du erschöpft bist, kann ich ja losgehen. Wir müssen die Einbauung. Du verdeutest deine Zeit. Du bringst mich nicht zum Reden. Verschwende deine Zeit nicht mit Wildcat. Diese Helden der alten Schule sterben eher, bevor sie auspacken. Erledige ihn und durchsuche alles. Vielleicht findest du irgendwas, das uns nützen kann. So. Ja, das hier. Penner. Ja. Warte, ist sie da unten? Was ist los, los? Ja. Okay. Ich bin geliebt. Euer Freund. Du wirst uns nicht davon abhalten, wie sie zu retten. Fordere Verstärkung an. Ich bin gelaufen. Hawkman, ein Alpha-Gruppenführer. Wir haben Sinestro in unserem Hauptquartier im Stadtzentrum eingefangen. Der wird bewacht von Hawk Girl, mir und neben dem... ...interessant. Wenn Calculator recht hat, wurde Sinestros Ring so ausgelaugt, dass die JSA ihn festnehmen konnte. Gut. Ab zum nächsten. Ist mein Sinister. Es gibt hier in der Nähe einen geheimen Unterschlung. Aber weniger Mittel. Gehe dort hin und finde heraus, was sie wissen. Aber weniger Mittel. Gehe dort hin und finde heraus, was sie wissen. Gehe dort hin und finde heraus, was sie wissen. aber seht ihr noch mal die gefangenen wo waren das noch mal also die da genau die wandert aber was die hölle sind da ist jetzt drin da nehmen wir die immer noch Auf zum Hauptquartier. Vernichte die Green Lanterns. Jetzt werden die Lanterns zeigen, was Angst ist. Befreie mich, ehren Bewoner. Ich bin frei. So, die Green Lanterns zeigen, was Angst ist. Ein nice Respawn. Immer gut. Ja, dann nach oben die Manhunter noch holen. Für beide anderen nochmal was. Ah, dann haben wir das Auge schon wieder durch. So. Ah, nein. Ist ja gar nichts. Da ist eins. Oh, sogar zwei. Auch besser. Oh, ja, nochmal. Ja, nochmal. Ai, 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 so, ich wollte nur mal eins. So. Jodi. Die schulkische Person? 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 auch keiner hör mal wo sind sie denn ah ja 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 passt, 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 passt 2 und 5 ne da bin ich schon wieder außerhalb ah naja, sehr nice, sehr nice, sehr nice immer diese Wellengeschichte hier ah, direkt danach müsste es eigentlich losgehen hier oder weitergehen hier mit äh, wen haben wir es nochmal Sursi, genau Sursi haben wir ja als Mentorin bin mal gespannt hier wie der die Intention ist das ist ja das einzig neue hier jetzt in dem Run der Rest ist ja alles gleich ja, ist auch einer ahhh 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 so, die 4 da einer ja, perfekt der letzte ahhh ahhh der Penner ahhh So. Jupp. So. Ab da hin, ihr Justice Society. So. Sehr nice. Was war jetzt hier? So. Hm. Na komm. Was lädt schon, der da ist schon lange. Danke. Ach ja. Da war ja was. Oh, good luck, man. Na ja. Hä? Oh, die Kira Was ist die Karte? Was ist das Gewehr? So Da ist er Du bist gekommen, um Sinestro zu retten? Sein Ring ist ausgenommen worden Und er ist unser Gefangener Um zu ihm zu belangen, musst du dich dem Licht der Green Lanterns stellen Ja, ja, lautet, greif an Nein, eine gute Idee Ach Zieh Das Licht ist zwar für diesen Moment der Sieg Es wird jedoch zurückkehren und dann wirst du dafür bezahlen Mh So Näh So, das können wir auch schon So, mal raus hier Joli Statt mit dem Nachtclub Na dann Tja, das kann man jetzt nach Sinestro nochmal Können wir den hier aber haben Viel fällt dann immer Naja, nächste Run ist er der letzte bei den Superhelden Seite ist er der Superman Als Mentor Ja, also ein Setup bleibt relativ gleich Bei Feuer bleibe ich Und so weiter Naja Das geht dann doch am simpelsten Und der Selfie Last Hotel Kämpfer ist auch nicht so schlecht für den Ja Passt du schon So Er kommt Los Hallo, der Schrecken ist Okay Hier ist deine Göttin Zirzi Ja Ja Gehen wir zu der mal hin Hier Äh Jetzt hier Ah ja So Das ist jetzt neu Zwischenreich Ja genau Nein Toll Jetzt kann ich mich wieder leiden Jupp So Amitropolis Letzte Mission Zur Stufe 30 hoch Dann war es das ja auch So Aber Bevor wir das jetzt weitermachen Was wir gucken Ob wir überhaupt richtig sind Ich denke hier aber mal ja Na komm Jupp 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 Wie wollen wir das jetzt machen hier Ganz kurze Pause Neue Kaffee holen Und dann Ja Ziehen wir den Charakter auch noch hoch 30 bis gleich Bis gleich Jupp Wie geht Jupp Bis gleich Hej Jupp Jupp Vielen Dank. 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 Genau. So, mach mal auf, Kollege. Good. Yeah. Genau. Genau. Scheint so. zu sein. Yeah. Ja. Yeah. 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 So, was ist denn da hinten noch? Hey! Hier ist Boden gebunden. Äh! Hallo? Hä? Hä? Und weiter im Text. Genau. Da letzte Wächter noch. Ich bin der letzte Wächter des Zwischenreichs. Ein Diener Brainiacs. Wenn du dieses Reich betrittst, musst du zerstört werden. Und dann wird es auch ein Diener Brainiac. Naja. Ach, fühlt sich das als 6. So. Passt. Genau. Die sind weg. Müssen wir jetzt theoretisch nur noch dieses komische Multikampfgedönsel da machen. Betten, dass ich gegen Monomu mitkämpfen muss. Weil Circe, Wonder Woman und so. Also sind die Heiler-Dinger gleich. Sowohl Schurke als auch Helden-Seite. So, naja. Macht ja nix. Na kaum. Herrflicher Champion, zögere nicht. Zum nächsten Portal begleite ich. Brainyf bezieht Position in dunklen Schattenreifen. Beginnt seine Operation. Besiege ihn doch und er ist am Ende. Herr Schade und wir fallen ihm in die Hände. Ja. Dann nochmal. Dann nochmal. Nehmen wir die wieder mit. Bitte. Willst du schnell mal sehen? Jetzt müssen wir schnell mal sehen. Gut. Ah genau. So. Ah. Ja. Oh Mann. Das läuft ja. Hehehe. Aber jetzt ist er doch fertig oder was? Okay. Wahrscheinlich hat er jetzt nicht oder? Tippe ich mal. Na ja, wird eins. So. So. Okay. Dann hoffe ich mal auf morgen früh. Hehehe. Oder heute Abend. Na egal. Und diesen Vorstoß aufreichen für die gute Sache. So. 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 schätzen ja heute abend er oder ja morgen früh wenn dann eventuell okay sonst hier wenn ich könnte es war ich halt hier vorne weiter aber wenn wir klar es war lieber na weil das ist das war eigentlich fertig wird dass ich hier das ich das auch lohnt dass ich mal borderlands installiert na bei der zeit wird es ja Ja, Wonder Woman. Wo ist sie denn jetzt? Da. Ja, diese und die nächste und die nächste und die sieht ja bei mir scheiße aus, ne? Aber ich meine, ist klar, das ist ja der letzte Umzugshoch, außer die Kinder ziehen dann irgendwann mal aus. Dann ist natürlich wieder so eine Sache. Aber das dauert noch ein paar Ährchen, hoffe ich. Ähm. Na. Tschüss. Ja. Alles. Ich werde die Portale mit meiner Magie tränken und dieses Reich vor mir versiegeln. Ich brauche Deckung, während ich die Zauber aufbaue. Aha. Du verräterisches Ding, du. Was machst du da? Ich werde auf ewig im Schattenrein. Ich werde auf ewig im Schattenrein. Ich werde auf ewig im Schattenrein. Nicht. Du wirst alles bekommen, wonach du begehst, mein Chef. Lass mich einfach frei. Okay, jetzt wieder frei. Hä? Okay, das ist jetzt neu. Dein Zimmer. Ja, genau, Alter. Hä? Hä? Ich habe dich gut unterwiesen. Nicht viele sind in der Lage, mich zu täuschen. Käse, O'Flaufer 10, hat 50 mal getroffen abgeschossen. Aber ich warne dich. Hintergehe mich erneut. Und du wirst es bereuen. Oh, läuft. Magie. Sie wirken alle Geheimnisse des Universums. Sie ist die Kraft der Götter. Mit ihr kann man die Mysterien des Lebens beherrschen. Jedes niedere Wesen beugen. Anbetung und absoluten Gehorsam einfordern. Wie es Göttern zusteht. Wie es uns bestimmt ist. Ich bin die Göttin Circe. Und nun gesellen sich mächtige Verbündete zu mir. Die wissen, dass Götter nur einen einzigen Daseinszweck haben. Zu herrschen. Ja genau, Olga. Ja, ja. Träumen weiter. Hehehehe. Ah. So, dann raus hier. Ja. Tja, jetzt theoretisch auch noch mit der Larva, dann war's das. Oder? Aber wenigstens so ein kleines bisschen Unterschied. Da sind die Runs nicht ganz 100% all identisch. Ist ja auch schon mal nicht so schlecht. Ja. Ja. Einmal des Schreckens. Ja. 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 Wieso kann ich jetzt nicht fliegen? Ja. Ich kauf das. Den Boost kauf ich mir. Ich könnte auch 50 Euro zahlen, wenn ich die Insta 30 habe. Ich habe die Insta Trophy. Naja, aber äh, na. 50 Euro für ein Charakter ist ein bisschen viel. Hehehehe. Wie viel das? Du beherrschst wirklich die Magie und bist es würdig ein Mitglied. Oh, zack. Fling. Der Liebling der Königin. So, das war's jetzt auch mit Käseauflauf. Das heißt. Raus hier. Ne, ich brauche Platz. Ich brauche Platz. Gehe Charakter wechseln. Joop. So, es fällt nur ein Superheld und ein Schurke. Und dann ist Platin. So, das heißt, machen wir jetzt, weil wir gerade Schurke waren. Nehmen wir jetzt hier einen neuen Charakter. Bla, bla, bla. Kennen wir schon. Kennen wir schon. So. Nehmen wir den jetzt wieder hin. Na komm, weiblich. Atletisch klein, inspiriert von, was nehmen wir jetzt? Modell anhand von verfügbaren Daten existierender Helden und Schurken. Ah ja, komm. Nehmen wir eh schon das haben. Äh, Held passt. Erscheinungsbild. Ursprung, da braucht man Technologie, oder? Ne. Ja, Meta als Superman. Passt. Kraft dem wieder Feuer. Ja. Auskampf mit der beidhändig. Und Fliegen, genau. Passt. Das müsste passen. Ne, jetzt sind 9 Euro. Weil du hast das Abonnement. Das heißt, 1 Euro günstiger. Na. Äh. 9 Euro zahlst du. Mal kurz mal gucken hier. Genau. Superman und Lex Luthor. Die beide fehlen noch. Und jetzt machen wir Superman. Genau. So. Haben wir das? Meta als Superman. Ja. Ja. Passt. Fliegen passt auch. Feuer haben wir auch. Ja. Passt. So. Wie nennen wir den jetzt? Oder die? Äh. Äh. Ja. Guter Sprot. So. Gurkensalat. Geht sogar. Passt. Ne. Wow. Gurkensalat. Gibt's schon. Verdammte Axt. Ja. Okay. Äh. Ja sei ja. Du zahlst halt so gesehen. Mit dem Abonnement. Das spiel als Vollpreistitel. 45 Euro. Äh. Also wenn du einen normal spielst. Na. Sonst halt ja gut. Grob gesagt hier. Äh. 10 Euro plus 13 Euro fürs Abonnement. Na. Na. Ganz normaler Vollpreistitel. Wenn du so sehen willst. Kannst aber auch normal spielen. Da muss er länger. Passt Gurkenschlitzel. Schauen wir mal. Gibt's. Läuft. So. Da haben wir das nämlich hier. Da. Schuhe 30 Instant wären 49 Euro. Also 4999. Was in dem Fall 49 Euro wären. 49 Euro 99. Na. Das ist ja Instant 30. Oder Level 25. Da. Preis 1000. Was 10 Euro wären. Na. So. Geldmittel hinzufügen. Kennt ihr ja schon mittlerweile. Dann machen wir kurz nochmal das hier. Weil mal wieder Kreditkartendaten. Ach. Das ist doch dumm. Ja. Bestellung bezahlen. Können wir jetzt noch Restgut haben. 42 Euro 06. Trotzdem muss ich den Scheiß. Oh. Oh. Okay. Jetzt nimmer. Toll. Hättest du gleich drin lassen können. Wahrscheinlich nur einmal am Tag. Muss man das eingeben. Wie einmal. Ja gut. Das fiel sich jetzt eh nicht. Ne. Außer halt Ablaufdatum. Und hier diese. Ja doch. Die dreistellige Nummer. Muss ja nicht sein. Dass man die sieht. So. Macht er ja so wieder nicht. Dann muss er so wieder so und so. Und so. Und so. So. Ja. Instant 25. Die. Äh. Wir machen auch schon. So. Dann gleich was wir wieder ausstatten. Aufrüsten. Fälligkeiten vergeben. Und dann los geht's. Let's run me too bald. Dann nochmal einmal Lex Luthor als Schurke und dann mal aus das Tier. Alles klar, alles klar. Ablehnen. So, einmal aus bei das Tier. Na komm. Danke. Ja, ja. So, haben wir aus bei das. Dann gehen wir kurz mal hier rüber. Abschließen. Und abschließen. Wollen wir jetzt das Ausdeko-Zeug. Exo-Walt-Speicher. Ja, dann können wir gleich hier. Erhöhen. Gut. Ja, ja. Nein, brauchen wir nicht. Weg da. Wollen wir nicht. Ab jetzt. So, danke. Ähm. Nein. Ja, auf jeden Fall ziehen wir auch noch rein. Nennen wir es jetzt hier rein. Und wieder herstellen rein. Genau. Ja. So, dann brauchen wir hier aber noch die Fähigkeitspunkte. Feuer. Fast. So, weiterhändig haben wir ja hier. Nehmen wir mal kurz wieder das hier und das hier. So, dann fliegen wir auf jeden Fall das hier, dass wir schneller sind. Die Koninkräfte. Äh. Ne, das wird weg. Das wird weg. Machen wir hier auf Schaden-Superkräfte. Hier machen wir nur fünf. Da, zehn. So. Fast. Läuft. So. Hallo, ich bin Captain Marvel. Wir müssen die Opfer von Felix Faust retten. Und Black Adam davon ab... Judi. Er glaubt, dass Felix Faust seine... Los geht's. ...von den Toten auferstehen lassen kann. Aber bösartige Taten enden bösartig. Wonder Woman hier. So. Und weiterh. Tja, ne W-Boostet man ja auch gleich wieder. Naja. Aber passt. Ja, das haben wir ja zwar alle schon gesehen, na. Aber... Dürft ja nicht. Bitte hilf mir. Ich sollte diese wirklich wichtigen Exo-Bite... Ja, mal was annehmen. XP-Booster rein. Aktivieren. Kannst du sie für mich holen? Äh... Und nach der Seelenkugel muss zum Andag gebracht werden. So. Oh man. Rückwärts. Ah, komm mal, Mann. Ah. Eh. Ahebe dich. Ahebe dich niemals besiegt. Okay. Ja. Läuft. Ach ja. Ahebe dich. Ahebe dich und schütze den Seelenbrunnen für Kauf. Ahebe dich doch Platinmögel hier bevor ich umziehe. Tendenziell. Und ein Monat Abonnement reicht auch. Läuft. So ein hier noch. Oh zack. Ahe. Ahe. So. Ahe. 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 Ahebe dich. Ahebe dich. Ahebe. Ahebe. zurück sind jetzt noch neun level to go bis platin so sieht naja das passt naja blablabla so sind ein schalte bei so Wenn, dass es ein Jahr zuvor diese Dinger dauert, das ist hoffentlich nicht zu, dass du den Weg hast, oder? Ah. Die Tür bleibt zu, bis du diese Dinger erledigt hast. Das sind schon jede Menge hier oben. Acht. So, ne? Gut, weg nach oben. Soll die auch nicht so schwer sein hier. Geht's dir, Lara? Ja. 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 Natürlich nicht. Oh nicht. Gut. Ha. Ja. Nee. Prost. So. Na ja. Ich will keine Menschen essen. Wie wäre es mit Tattox? Ich würde sie wieder sehen. Oh, Ttox. Ja. Ja. Ich hasse das hier. Ja. 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 Ach komm Scheiße. Die Barbie liegt jetzt wieder. Der dreist auch nichts raus. Ja. 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 sehr schön so sogar ohne zu sterben nice ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich generell Stupe 30 mit der letzten Quests erreiche von dem her mache ich jetzt zum guten gar keine Nebenquests mehr, weil, na, geht schneller so, die kennen wir ja auch schon mittlerweile da habe ich meine Spezialfähigkeit noch nicht ready, egal aber gleich okay Ahhhhhhhhhh Oh, ich brauche zwei Rödel-Böpplis. Na? Hä? Ich weiß nicht, dass alle killen oder was? Und das ist jetzt hier. Achso, da war noch eine Solitadea. Oder eine Magnetenhexe oder was auch immer. So. Da fliege ich wieder weitestgehend durch. So, dann fix dein. Dann die letzten hier. Genau, Agent Hexer. So, das war's. Agent Hexer. So. 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 Haaah Booms Na geht es aber echt flott jetzt hier mit der Heule, also gut wenn er eingespielt ist, dann geht es auch ganz gut. I come, okay. So, door is open. Sehr schön. So, les Gäts. Genau, so. I am a number Isis. Faust, was ist das für eine Betrügerei? Sie lebt nicht. Ihr Fleisch verfaul dir mehr von deiner Kraft geben. Halte dich nicht zurück. Werde zu schwach. Ha, 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 ha. Die Kräfte von Shazam gehören mir. Armer, erwerblicher Black Heaven. Jetzt, woher? Tastisch, Halte. Für immer. Armer, was hast du getan? So. Ah, das wird er gerade essen. Naja. So. 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 Es ist ein sterbliches Wesen, in deinem Leben schmeißt deine Götte. Na komm, so, das gehen wir auch schon. Oh, der Ege sitzt? Ne. Ja. Hm, und wie ich den Gerechtigkeit gedient habe. Oh man. So. Ah, jetzt durfte es aber noch gehen mit der Belohnung. Das ist aber echt komisch. Immer nach der Mission hier. Ah, ein Overlay komplett weg. Jetzt wieder da. Ja. So. Ne. Herzlichen Glückwunsch. Ah ja, wacht um. Einmal zum Wachtturm. So. Einmal fix sein. So. Dann wieder weg hier. Oh, ne. Also theoretisch ist es jetzt noch vier. Vier haben wir so müssen es jetzt sein eigentlich. Ist wieder Schuhe 30. Ja, und dann nur noch Lex Lutha. Goll. Ja, genau. Feier. Muss jetzt hier weg rumstehen hier. Ja. Oh, da ist sie. Genau. Die Omec-Geschichte. Bradeye. So, alle Klärchen. Bevor wir jetzt hier aber wieder das mit Bradeye und so weitermachen. Ganz kurzes Bäuschen. Dann ziehen wir weiter durch. Und ja, schauen wir mal. Bis gleich. Dann ziehen wir mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tja, ne. Die kriegen wir auf jeden Fall noch durch. Vorausgesetzt die letzte Mission hat logisch heißt ja Instant Boost auf 30. Dann auf jeden Fall. Tja, dafür nur noch ein Char. Maximal 2 Stunden bis Platin. Dann noch. Passt. Passt, 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 passt. Ja. Hä? Hey, da ist der Held, der Brother Eye geblendet hat. Ich freue mich, dass du überlebt hast. Und dann geht es um den Ende des Tages. Und 28. Hup. Oh, Stadtmitte Metropolis. Äh. So. Der Dr. Fate. Wir benötigen jede Unterstützung, die wir bekommen können. Smack-Tur, der Raffegeist Gottes, hat das Stabzentrum von Metropolis angegessen. Er hat Geist der erültigen Toten aufgebaut, um die Menschen zu richten und zu exekutieren. Schauen wir mal. Hm, hm, hm. Wir kommen in der Schlacht. Wir brauchen Krieger deines Kalibers angesichts dieser Bedrohung. Specter ist als Gottesmacheengel überaus mächtig und richtet schönige Seelen. Doch hier lässt er alle Gnade vermissen. Ich fürchte, dass die Zürich, dass dieser Einfluss Specter hat wahnsinnig werden lassen. Schenke diesen Geist den Frieden. Hm, hm, hm. Wo ich da jetzt gerade um überlegen bin, ob ich Stadtmorgen oder da hab ich fix dann noch Platy mache, ja. Was, Gyros Pudding? What? Was ist das denn? Äh. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Hm. Ah ja. Äh. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Ah. Hmm. Oh man. Ja, das kommt bestimmt gut, Holger. Das kommt bestimmt hier richtig gut. Ja, war das eigentlich auch. Oh man. Da war es ja nicht. Ja, weil ich jetzt das war. Ich bin wieder ich selbst. Ich bin wieder ich selbst. Der Inspektor sollte individuell Seelen aburteilen. Das Ergeister beauftragt, welche Urteile zu sprechen, bedeutet, dass etwas gehörig schießt. Das Ergeister beauftragt, welche Urteile zu sprechen, welche Urteile zu sprechen. Das Ergeister beauftragt, welche Urteile zu sprechen. Das Ergeister beauftragt, welche Urteile zu sprechen. Au, 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 au. Au, au, au. Ja klar. Ja. Es geht schon, Edgar. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Ich bin wieder mal mit hier. Wie will das sonst gehen, Holger? Oder du sitzt hier mal raus, wenn du schlafen willst. Hä, 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 hä. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, Holger, aber scheiße. So, noch ein Wassernkläger. Das Wort. Äh. Wort. Wort. Hm. Ah. Da nehmen wir die mit. Okay. Hm. Oh. Komisch. Hm. Und beende diese fehlgeleitete Bestrafung. Ist es bei den anderen dann auch so? Achso, das soll ich wieder. Was? Das kann doch nicht sein. Drei und sechs Sekunden. Okay. Hm. Ja, drei bis sechs Sekunden ist aber nicht ein bisschen. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Oh, das ist ein bisschen so. Okay. Oh. 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 Das war's. Was ist jetzt hier kaputt? Ja gut, aber jetzt wieder eine halbe Stunde, ja 20 Minuten. Dann starte ich kein Stream neu, deswegen. Das lohnt sich nicht. Dann ist es halt jetzt gerade mal so. Oh, na. Mengen war er da immer. Hä? 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 Wie geht das jetzt nicht mehr? Der Richter. 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 Nein, aber ich krieg's ja wieso nicht mit, weil ich hab keinen Delay. Ich seh nix. Warte mehr. Ich wüsst nicht wenn, dann schon ihr das sagen. Ich hab ihn jetzt nicht mehr gesehen. Ich hab ihn jetzt nicht mehr gesehen. Ich hab ihn jetzt nicht mehr gesehen. So. Ei, 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 ei. Gut. Und nur noch vier. Der Richter da nervt. Du musst jetzt gerade rumlaufen da. Oh nein. Nein. Ob. Oh. 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 So, zwei. Naja, der geht nicht. Der geht. Oh nöööööö. ja das steht ruhiger ja gut na dann ist es halt so ja jeder auch immer mich bitte na ja ja das war ja fast an und die anfangszeit hier da ist es zwei so ok Jo, komm mal man Ja komm Ja komm Man, 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 man Jo, machst du das, Holger, machst du das, machst du das, machst du das Gut Ja komm Ja komm The Spectre Ja komm Ja komm So Das letzte Mal, wo wir hier die Storyline sehen Ja Mehr Helden gibt's halt immer Ja 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 Hm 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 Ja 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 Ohne meine Menschlichkeit bin ich verloren So passt Ich brauche einen menschlichen Wirt Ja 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 Was Ja 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 Ah, Helljong. Wieder einmal wirst du mein menschlicher Wirt sein. Umfasse die Energie, die ihr vergelbt. Jojo. Oh, Gott. Prost. Prost. Gut gemacht. Eclipso hat immer die Macht Specters begehrt, seitdem er sie besaß und wieder verlor. Heute hat er sie nicht bekommen, dank dir. Hm. So, Specter auch wieder durch. Haben wir schon gesehen. Und raus. So, dann muss jetzt eigentlich hier die Endvision kommen. Oh, die ziehen wir auf jeden Fall durch, halt die Charakter ziehen wir durch. Bis 30, das ist erledigt, das isch. Und da fällt nur noch einer. Dann passt das. Ja. Ja. So. So, einmal fix doch mal dahin. Äh. Äh. Okay. Okay. Das ist jetzt auch neu. Hehehe. Mit Supergirl. Aber ist auf jeden Fall die letzte Mission. Ach, wacht drum. Näää. Upp. Dann halt da hin. Äh. Äh. Hier lang, oder wat? Äh. 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 Hä? Äh. 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 Jupp. Ich nutze diese Kommunikationsverbindung zu Oracle. Es ist die einzige, die wir benutzen, wenn wir uns tief in den Weltraum begeben. Sie sollte überall funktionieren. Bitte beeil dich. Ja, Schule 30, genau. Daily Planet. Na dann. Gut. Letzte Mission hier. Rettet mal Superman. Hm. Superman hier. Oracle, kannst du mich hören? Ich versuche gerade alle zum Teleporter zu schicken, aber Lex Luthor ist... Was machst du, du Verrückter? Nein, du Narr. Wegen dir werden alle Menschen festsitzen. Hey, geht's jetzt hier? Oh, sehr nice. So gut. Endlich fertig, wa? Hä, hä, hä. Gönnow Fixe durchfliegen. Ei, ei, ei. So. Wenn du hier bist, um zu helfen, dann musst du Superman rein. Luthor hat ihnen einen Teleporter gezogen und sie sind beide verschwunden. Blockierung des Teleportationskignals. Mechabyte. Ja, kenne ich. Zero, kenne ich. Ja, hä. Drei. Nein, 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 nein. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir sind Überlebenskünstler. Wir sind Überlebenskünstler. Wer ist, die Gelände? Ich erfange Rettkirchen. Ich kann dich da auf den Schiff, wo ich den Ufer zusammen geschickt habe. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Wir gucken, wo er dich wirklich zu behalten. Wir gucken, wo er sich verbunden hat. Okay. Benutze das Portan nach oben mit Superman Teleport Position. Sie sind eine verrückte Sicherheits-Gradierung hier drauf. Okay. So. Oh. Okay, das ist schlecht. Das ist die Halle des Schreckens. Und da Calculator's Codierung kann ich keine Koordinaten erfassen. Der Feuerspur nachzuurteilen ist Superman hier. Und es liegt an dir, ihn herauszuholen. Los! Na mit, hallo. Na mit, hallo. Ei, ei, ei. Ah, Cheetah. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ich bin aufgeschrieben. Ich bin aufgeschrieben. Ich bin aufgeschrieben. Die Mission ist aber auch nicht gerade ohne hier. Alter Vater. So. Noch mehr. Ei, ei, ei. Zeit, sauber mal. Ich habe im Internet über dich gelesen. Ich bin aufgeschrieben. Ich werde diesen Schrank halten können, was die Exobytes mir verliehen haben. So. Ich kann nur noch sein. Ja dann, beim letzten Run genau andersrum sein. Schade, dass ich jetzt meine Spezialfähigkeit nicht mehr habe. Ich glaube, es wird so einfach aufzuhalten. Ich weiß nicht. Ich glaube, es wird so einfach aufzuhalten. Was ist das, bei meinem Motocross oder was? Was auch gar nicht. Weiß ja auch so. Also, ich zumindest. So. Ich setze meine Kräfte ein, um diesen Planeten und all seine Bewohner zu schützen. Um gegen Egoismus, Grausamkeit und Gier anzugehen. Und um meine Gaben und Bürden mit meinen Mitstreitern zu teilen. Tut gut zu wissen, dass ich nicht allein bin. Dass es für jeden Schurken einen Helden gibt. Dass jeder Mensch wie ich sein kann. Ein Superman. Ah, sure, okay. Hey. Uh, my song was stuck. Uh. Ich kann gar nicht glauben, wie bösartig Lex Lufo ist. Ich sollte mich mittlerweile... Lol. Cheater. Nähähähähäh. Superman wird etwas Zeit brauchen, sich von diesem Kryptonit zu erholen. Vielen Dank. Ich wusste, dass wir es schaffen würden. Von dem Moment an, als du dieses Brainiac-Schiff verlegt hast, wusste ich, dass du auf der Seite des Guten stehst. Die Justice League ist in der Tat. Und ich bin die Normal gefahren, ja. Da ist er, der Superman. Nicht jeder hat das, was es braucht, um von den Schurken dieser Welt Schläge einzustecken und trotzdem weiter zu kämpfen. Du bist ein allwärtiges Mitglied der Welt. So. Fling Champion der RD. Das ist ja nice. Dann haben wir das auch. Fast. So, das ist ja nur noch neuer Charakter hier. Mit hier Lex Luthor. Dann machst du das hier. Bist du Platin, deswegen schon mal hier Charakter wechseln. Na, danke euch. Bei denen können wir das schon mal erstellen hier. Dann haben wir den schon mal. Charakter erstellen. Ja, ja. Ja, ja. So. So. Wähler Geschlecht und Körperbau. Spuriert von... Modell anhand von verfügbaren Daten existierender Helden und Schurken. Hm. Ah ja, Deathstroke. So. Schurke passt. Hier brauchen wir jetzt Joker. Ja. Lex Luthor. Automata, genau. So. Kraft. Weitere nicht. Fliegend, bitte. So, passt. O-Schummeta kommt jetzt hin, ne? Gut. So. Äh. Das gibt's doch bestimmt nicht, oder? Ah, nice. So. Level 25 springen. Ah. Wie schön. Ja. Geldmittel hinzufügen, bitte. Oh, nö. Warten. Na. Toll. Warten. Hm. Ich kann auch nicht mehr drücken. Auf was denn jetzt warten? Ah. Ist gerade der... Der Server da down, oder was? Hm. 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 Der geht auch nicht. Hä? Ich glaube, das ging nicht gerade ein bisschen zu schnell. Hahaha. Na gut. Dann lassen wir ja doch gut sein. Dann machen wir das halt hier beim nächsten Mal, ne? Die Charakterausstellung. Für den letzten Run. Jetzt haben wir ja hier... Na komm. Immer noch. 90%. Ja. Eine Trophy fehlt ja noch. Aber immerhin ja schon einiges durch hier. 1, 2, 3, 4 Goldtrophys. Äh. Ja. Eine fehlt noch hier mit Lex Luthor. Alles schon okay. Und dann ist die Platin. Muss halt mal gucken, wann wir das machen ja. Weil mir da die Zeit reicht. Aber jetzt hier... Na. Da geht nix. Können wir das Spiel abschießen, ja? Da reagiert er nicht mehr. Machen wir es halt beim nächsten Mal. Und ja. Das ist heute. Viel Glück fürs Zuschauen. Na. Wenn ihr wollt, dann bis heute Abend. Entweder hier mit Holger, wenn ihr kann. In Remnant. Sonst starten wir hier weiter in den Vorordner. Und. Ja. Schauen wir mal. Ja. Haut rein. Ich wünsche euch was. Na. Haut rein. Servus. Und. Tschö. Tschö. Tschö.